Guten Morgen, ich begrüße Sie ganz herzlich zum guten Morgen Börse gemeinsam mit XDB heute am Montag, den 6. November 2023 und gemeinsam wollen wir uns natürlich einen Blick an auf das, was wir zu sehen bekommen haben, jetzt in den Wochenschluss hinein. Ich will es gleich vorab schicken, es ist schon fast historisch. Wir sind tatsächlich aus einem sehr stark überverkauften Modus in einen sehr stark überkauften Modus gegangen und in der Form, so wie das jetzt aktuell stattgefunden hat, ist es in der Vergangenheit zurückgehend bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges nicht so oft vorgekommen. Das weiß ich nicht, weil ich ein Freak bin, sondern das weiß ich, weil ich über eine Statistik gestolpert bin, über X-Twitter, übers Wochenende, die ich euch nicht vorenthalten möchte, wo wir einen Blick drauf werfen wollen. Und das Interessante ist, dass das jetzt etwas ist, was aus rein statistischer Perspektive jedenfalls über viele, viele verschiedene Marktumfelde für die nächsten 6 bis 12 Monate interessante Rückschlüsse zulässt. Ich spoiler schon mal ein bisschen, bullische Signale sendet tatsächlich, worauf wir dann einen Blick werfen wollen. Allerdings gehe ich davon aus, dass jetzt in den kommenden Tagen der Modus sich eher seitwärts, eher choppy, eher unspektakulär darstellt. Das gilt sowohl für den DAX, als auch S&P, als auch für den Nasdaq. Ich glaube, wir gehen jetzt in so eine Art Digestion über, also so ein Verarbeiten dieses überdehnten Modus erstmal über die Zeit und dann eben bekommen wir neue Impulse geliefert. Eher, meiner Einschätzung nach, bullische Impulse in der kommenden Woche mit den Inflationszahlen und dann vielleicht sogar den finalen Startschuss für eine Jahresentrille. Aber bevor es soweit ist, wollen wir zunächst erstmal den Risikowinweis uns anschauen und dann offiziell starten. Also, Devisen und CFD sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen. Durch einen unabhängigen Finanzberater, lade sich dann auf xtb.com.de, kostenlos eine Demo herunter, teste dann risikofreie, schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Und sofern man das mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen vorstellen Risikowinweis auf xtb.com.de. Darüber hinausgehend, nutzt auch gerne die Möglichkeit, den Kundensupport zu kontaktieren. Kontaktdetails folgen sogleich, kurz an eigener Sache. Bitte nichts in den folgenden Minuten als Anlageempfehlung missverstehen. Das handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event. Ihr könnt alle eure Fragen unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion stellen. Aber bitte, wie gesagt, nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Dann hier die Kontaktdetails einmal für das Berliner Büro. Gerne kontaktieren, wenn es Fragen gibt rund zur Kontoeröffnung, Plattform, Einrichtung usw. Oder auch eine E-Mail senden, kurz zu xtb als Broker, bester CFD Brokersjahres 2023, ausgezeichnet von Brokerwahl. Die Gründe, die wir dazu geführt haben, einmal links hier aufgeführt, ein Grund mit Sicherheit, die xStation, auf die wir jetzt einen Blick werfen wollen. Wir wollen wieder, ähnlich wie am Freitag auch bereits, ein buntes Allerlei machen. Und zunächst alle Märkte abdecken, aber ich will dann schließen mit ein paar Ideen, sogenannten Cherries, die ich jetzt mir herauspicken würde. Ich denke nämlich, Draftking, das war nicht die schlechteste Idee. Der eine oder andere hat die Aktie vielleicht verfolgt am Freitag. Auch Roku hat nochmal auf der Oberseite Momentum gesehen. Aber Draftkings hauptsächlich wollen wir uns heute widmen, als mögliches Play für einen zweiten Tag, jetzt heute. Aber dazu kommen wir dann gleich. Zunächst, wie gesagt, der Blick auf den DAX, beziehungsweise S&P und Nasdaq. Also, wir sind aus diesem überdehnten Modus, ziemlich genau vor einer Woche haben wir an dieser Stelle die Bolische, die wir ganz zum Thema gemacht, haben wir eine Gegenbewegung eingeleitet, dass die so heftig ausfällt, das hätte ich nicht gedacht, dass es long gehen dürfte und dass der Vorteil eher long sein sollte nach der FED. Das war durchaus zu einem einzukalkulieren, weil wir sehr, sehr stark gehalten haben nach der FED-Leitzinsentscheidung vergangene Woche am Mittwoch. Und haben dann hier offensichtlich weiteres Momentum aufnehmen können, welches dazu geführt hat, dass wir die Abschläge der jüngeren Vergangenheit, also das heißt über die Vorwoche, 18.19.20., da hatten wir ja dann diese deutliche Beschleunigung auf der Unterseite, komplett haben wieder aufholen können, sind jetzt hier in eine potenzielle Widerstandsregion vorgestoßen, die sich hier da kurzfristig herauskristallisiert hatte. Die hatten wir auch hier zum Thema gemacht im Gutenberg-Börse, gemeinsam mit XTB verlaufend ungefähr, ich sag mal rund 15.3, 15.4 nach oben auf der Oberseite. Und jetzt sind wir allerdings, wie gesagt, sehr, sehr stark überdehnt in diese Gefälle vorgestoßen. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Seitwärtsbewegung zu sehen bekommen, dass wir das eher über die Zeit abtragen. Das führe ich auch darauf zurück, oder beziehungsweise ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit wächst da an dieser Stelle aus dem Umstand, dass wir auch in den kommenden Tagen kaum wichtige Wirtschaftsevents haben. Also wir hatten am Freitag, die sind hier nicht eingefilligt, weil gestern logischerweise Sonntag war. Wir gehen kurz auf Trading Economics, kurz einen finalen Blick, oder einen runden Blick, um ein rundes Bild abzubilden, hier kurz auf die Non-Farm-Payrolls. Die sind veröffentlicht worden mit 150.000 neu geschaffener Stellen ex-Agra, gegen 180.000 erwartet. Konnte irgendwie erwartet werden, weil die ADP-Zahlen ja schon bereits am Mittwoch eher durch Wachsen reingekommen sind. Wir hatten allerdings auf der Kehrseite im Vormonat natürlich einen sehr enttäuschenden ADP-Satz. Und deswegen hätten die ADP-Zahlen auch deutlich positiv reformen können. Unterm Strich, wie gesagt, bleibt unter der Erwartung reingekommen. Arbeitslosenquote über der Erwartung, also 3,9% gegen 3,8%. Wir haben eine Downward-Revision zu sehen bekommen. Das Vormonat von 3,36 auf 2,97.000. Aber alles unterm Strich nicht so wirklich, ich sag mal, herausragend und irgendwie bullische Impulse begünstigend oder dergleichen. Ich glaube, wir haben uns summa summarum sowieso in einem günstigen Umfeld eben wiedergefunden und ausgehend hiervon dann dieses bullische Momentum einfach fortgeschrieben, weil es einen geldpolitisch eher lockeren Kurs seitens der US-Notenbank jetzt in den Jahreschluss hinein denkbar werden lässt, beziehungsweise auch in der ersten Hälfte des Jahres 2024. Also geldpolitisch locker heißt, wir sind fertig. Da gibt es nichts weiter. In den kommenden Tagen, also nochmal ganz kurz zurückkommend auf die aktuelle Konstellation, die es wahrscheinlich werden lässt, dass der DAX aber auch darüber hinausgeht, die US-Indizes, S&P, NASDAQ eher seitwärts performt. Wir haben einfach keine wirklich marktbewegenden Makro-Events, die in irgendeiner Form anstehen. Also vielleicht am Freitag Verbrauchervertrauen der Uni Michigan, aber das ist Freitag, 16 Uhr, da ist die Messe größtenteils schon gelesen. Also ich gehe summa summarum davon aus, wir werden aus dieser Warte keine Impulse zu sehen bekommen. Vielleicht gibt es irgendwelche neuen Entwicklungen im Hinblick auf den Gazastreifen, eventuell ganz besonders. Ich glaube, der Gazastreifen größtenteils, das dürfte im Hinblick auf eine militärische Eskalation größtenteils alles eingepreist sein. Da gibt es keine wirklichen Impulse, ähnlich wie auch mit der Ukraine. Wir konnten ja dann auch zum Beispiel über 2022 erkennen. Na klar, Bearishness war erkennbar, aber das wurde von anderen Faktoren getrieben. Das waren die Inflationsentwicklungen und dergleichen. Also diese kurzfristige geopolitische Spannung, das war eine politische Börse, die hatte kurze Beine, so möchte man vielleicht sagen. Im Hinblick jetzt auf den Gazastreifen sehe ich das ähnlich. Natürlich gibt es die aktuelle Möglichkeit, die Gefahr einer Eskalation zwischen den USA und dem Iran. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass ich da in irgendeiner Weise zeitnah Sorge sehe. Und das ist nicht, weil ich diese Sorge nicht sehe, sondern weil ich mir angucke, was der Markt draus macht. Und wenn ich mir den WIX angucke, den Volatilitätsindex auf den S&P 500, das Angstbarometer der Wall Street, und sehe, dass wir aus der Vorwoche, wo wir ja einen Short zum Thema gemacht hatten, hier im WIX. Ich hatte gesagt, wer das nicht long spielen möchte in Equities, der findet vielleicht hier mit einem Stop gegen die 22 im WIX, ein interessantes Shortplay, Ziel um die 16. Dass das so schnell aufgeht, das hätte ich nicht gedacht. Also, dass es einen relativ hohen Erwartungswert hatte, das wäre ich schon bereit gewesen, hierzu zu sagen. Aber nichtsdestotrotz, dass wir innerhalb von einer Woche solch einen Kollaps zu sehen bekommen. Und die Volatilität, querstrich die Angst an der Wall Street so stark ausgepreist wird, das hätte ich nicht erwartet. Aber das ist eben das, was uns zeigt, das ist kein Thema. Also, sprich, aus der Warte sehen wir derzeit jedenfalls keine Risiken oder Eskalationen von wesentlich besser informierten Marktteilnehmern, als wir selbst sind. Und deswegen wäre ich da an der Stelle vorsichtig, zurückführend, wie gesagt, was wir tradingtechnisch draus machen, seitwärts konsolidierend, glaube ich, über die kommenden Tage. Eventuell gibt es nochmal einen kurzen Spike in die 15300-400er Region, aber ich denke, ein nachhaltiger Breakout, wenn überhaupt, frühestens, kommende Woche, am Dienstag dann, beziehungsweise Mittwoch, folgen da drauf mit den Inflationszahlen aus den USA. Ähnliches Bild sehen wir auch im S&P. Hier sehen wir dieses V, was eingezeichnet worden ist, Rückgehobung der 50-Tage-Linie. Wir sehen eine Konstellation, das habe ich gerade hier für die Kunden von XDB eingeschiziert, was ich mir vorstellen könnte. Wir gehen jetzt erstmal seitwärts die kommenden Tage, sehen dann nochmal einen Bullish-and-Breakout. In dem Fall, nach Möglichkeit, vielleicht sogar über die 15400er Region mit einer erneuten Seitwärtskonsolidierung, resultieren aus dem Umstand, dass in den Monatsschluss hinein dann Thanksgiving ist, Black Friday und dergleichen. Also das heißt, die letzte Woche hier in den November sehr, sehr ruhig werden dürfte. Und dann kann ich mir vorstellen, dass wir nochmal einen Schub auf der Oberseite in den Jahresschluss zu sehen bekommen. Das wäre so ein Szenario, vielleicht kurze Flasch-Szenario nochmal kurz, dass wir ja zwar solche Breakouts sehen, aber kurzzeitig nochmal so ein bisschen die Marktteilnehmer testen. Aber summa summarum, glaube ich, das sieht jetzt extrem stark aus. Und nochmal, ich hatte es gerade einleitend schon gesagt, es wird unterstrichen durch eben eine statistische Aufbereitung hier, von Ryan Detrick. Wer bei X ist, der sollte dem auf jeden Fall folgen, demjenigen welchen. Ich habe es hier schon mal übersetzt. Und zwar hat er verwiesen auf den Zweig-Breath-Thrust. Also vielleicht hat jemand schon mal von Marty Zweig gelesen. Der wurde mehrfach erwähnt in der Magier der Märkte-Serie von Jack Schwager in den 1980er, 1990er Jahren, als er damals die ersten Interviews mit Top-Tradern führte. Und auf den geht dieser Indikator zurück. Und er fässt das zusammen, also wir wollen uns nicht dem Indikator widmen oder dergleichen. Er sagt einfach, was es hier, worum es geht ist, nämlich, dass Aktien in weniger als zwei Wochen von stark überverkauft zu überkauft wechseln. Also stark nervös zu stark superbullish, in Anführungsstrichen, wechseln. Und hat das mal statistisch aufbereitet. Und das ist das, was ich mit historisch meine. Wir können erkennen, so oft ist das in der Vergangenheit nicht statt, hat das nicht stattgefunden. Aber wir sehen zurückgehen bis in den Zweiten Weltkrieg. Es hat eine unfassbare Menge an verschiedenen Marktumfelden abgebildet. Also es war nicht nur einfach bullisch durch einen geldpolitisch exzessiven Kurs seines der US-Notenbank beispielsweise oder dergleichen, sondern wir haben hier ein hochinflationäres Umfeld gehabt, Kuba-Krise und so weiter. Also ein breites Spektrum an verschiedenen Marktumfelden. Und jetzt kommt es, worauf ich hinaus will. Wenn das stattgefunden hat, dann waren die nächsten sechs bis zwölf Monate in 100% der Fällen, also immer, im Schnitt 15% nach sechs Monaten und 23,3% nach zwölf Monaten positiv. Das ist keine Garantie, dass es diesmal wieder so kommt, aber etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte im Hinblick vielleicht auf mittelfristige Investments oder beziehungsweise im Hinblick auf seine Erwartungshaltung in Bezug auf die Performance in Aktienindizes generell. Und das ist eben durchaus etwas, was dann hier vielleicht zu Beginn des Jahres 2024 auch der Wegbereiter für einen Attacke auf die Allzeithoch sein könnte, in dem Fall im Nasdaq. Aber nochmal, im derzeitigen Umfeld eher choppy seitwärts, eher unspektakuläres Treiben, was wiederum uns dazu führt, zu sagen, wir sollten uns Einzeltitel raussuchen, die dann interessant sind. Das verzerrt hier so ein bisschen, das ist nicht ganz richtig, das ist ein Bad Tick an dieser Stelle. Wir haben geschlossen im Bereich der Tageshochs in DraftKings, starker, bullischer Breakout. Ich will das mal ganz kurz hier im Daily Chart zeigen, auch hier verreist das jetzt so ein bisschen durch diesen Bad Tick, aber wir stehen kurz vor einem Breakout auf neue Jahreshochs. Das könnte sich durchaus auch jetzt heute nochmal durchaus interessant herauskristallisieren. Also die Aktie habe ich auf jeden Fall weiter auf dem Schirm. Man kann auch bei mir bei X beispielsweise sehen, den Trade, den ich gemacht habe, am Freitag mit Gameplay und dergleichen nochmal in der Nachbetrachtung. Und heute wird es eine ähnliche Herangehensweise meinerseits geben, mit der Erwartung, dass wir einen Breakout für Euro hochzusehen bekommen und dass sich diese kurzfristige Bullischnitz eben weiter fortschreibt, nach einer sehr, sehr starken Guidance, die die letzte Woche Donnerstag nachbörslich mit ihren Earnings vorgelegt haben. Und das sei es meinerseits, soweit für heute erstmal gewesen. Happy Trading. Passt auf die Stops auf, wir hören uns morgen wieder hier an dieser Stelle zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTW. Habt euch wohl, macht's gut, bis dann. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.